Season 1 in Diablo startet endlich ab dem 20.07. Aber es gibt einige Sachen, die Blizzard entweder davor oder mit dem Start der Season unbedingt noch ändern sollte. Und die zeige ich euch hier. Wichtig, das sind alles meine Meinungen, jeder kann seine eigene haben, aber ich möchte einfach mal meine erläutern. Das Umskillen muss billiger werden. Ab einem gewissen Level muss man Millionen von Gold investieren, um sich komplett ein neues Bild zu schaffen und ein komplett neues Bild spielen zu können. Wenn man noch nicht hoch ist, ist es kein Problem, da kostet es noch nicht extrem viel. Aber das teure ist dann einfach diese Paragon-Punkte oder dieses Paragon-Board, wenn man das resetten möchte. Da muss man jedes einzelne natürlich resetten und das schallert mit der Zeit richtig rein. Und ich hoffe, dass sie das irgendwie abändern, dass es ein bisschen günstiger wird. Manche Dungeons fühlen sich richtig leer an oder einfach viel zu groß für das, was es eigentlich sein sollte. Sie sollten versuchen, die Mobs doch nochmal besser zu verteilen oder einfach die Dungeons vielleicht anhand von den Mobs etwas besser anpassen. Das Gute ist natürlich, mit dem Start der Season werden natürlich, was die Albtraum-Dungeons angeht, weitere freigeschaltet. So ist es zumindest geplant. Mal ob es sein wird, sehen wir dann. Aber vielleicht hilft es schon ein bisschen und vielleicht tun sie da noch ein paar Updates einfach mit reinknallen. Wir bleiben einfach mal gespannt und hoffen einfach auf das Beste. Aber im Allgemeinen finde ich, viele Dungeons fühlen sich einfach leer. Vor allem, wenn man die Albtraum-Dungeons macht und gefühlt 20 Mal immer denselben macht. Es gibt Affixe, die einfach unnötig sind und einfach nur nerven. Zum Beispiel dieses eine Affixe von diesen Stachelschweinen, die einem die Magie entziehen. Die Viecher sind nicht schwer zu besiegen. Aber wenn die dann komplett verteilt sind und dann mit ihrem Fernangriff die Stacheln auf dich knallen, ziehen die dir einfach nur die Magie ab und es nervt, weil du einfach nur warten musst. Du musst da hinrennen, du musst die versuchen wegzukloppen. Und da gibt es noch ein paar andere, aber das ist das, was mir extrem aufgefallen ist. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, da gibt es ein paar Affixe, die könnte man einfach entweder ein bisschen abändern oder einfach rausnehmen. Meiner Meinung nach. Die Bank sollte größer werden. Es gibt aktuell, ich glaube, vier Slots, wenn ich mich nicht täusche. Vier, fünf so irgendwie. Und ich finde, man könnte da ruhig noch ein bisschen mehr reinmachen. Klar, es kostet dann Geld, aber ganz ehrlich, es kann immer mal sein, dass man vor allem die Edelstandesmarkte, worauf ich später noch zukomme, einfach einlagern muss. Oder wenn man Equip hat, wo man noch nicht weggeben will, einfach speichern möchte, weil man es vielleicht später irgendwann gebraucht oder für ein anderes Bild. Oder wenn man sich verschiedene Bilder zusammenstellt und dafür verschiedenes Equip hat mit den passenden Aspekten, dass man die einfach dann in die Banken reinmacht. Kann es schon mal gut sein, dass die Bank dann sehr schnell voll ist. So, und deswegen bin ich der Meinung, da könnte man ruhig noch ein paar Slots dazu packen, aber vielleicht machen sie es ja noch. Dann kommen wir gleich noch zu den Edelsteinen. Die sollen unbedingt jetzt schon zu Materialien ausgelagert werden. Die nehmen unnötig Platz weg und man möchte natürlich so gut es geht eigentlich jeden Edelstein behalten. Die möchten jetzt anscheinend zum Starter Season 2 machen, aber meiner Meinung nach sollten sie es einfach jetzt schon machen. Dann ist es geschafft, weil ich merke das extrem bei mir. Man hat so schnell in der Bank zum Beispiel auch wieder diesen ersten Bankslot voll oder ein Inventar einfach nur, weil du die Edelsteine mitnimmst, weil die droppen halt schon oft. Und dann musst du mal was wegschmeißen oder die Edelsteine wegschmeißen oder nicht aufheben. Und das ist halt auch ärgerlich, weil du willst sie ja trotzdem mitnehmen, dass du nicht irgendwann mal einen Mangel hast. Für mehr Diablo 4 Content oder sowas in der Art dürft ihr gerne einen Daumen, eure Hand und natürlich ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Der Butcher sollte öfter spawnen. Spaß. Aspekte sollte man irgendwie stacken können oder zu einem extra Slot nochmal umswitchen können, weil auch hier dasselbe. Man will eigentlich jeden Aspekt mitnehmen, den man hat, weil es kann ja immer mal sein, dass man ein anderes Bild bauen möchte oder einfach ein bisschen rumspielen möchte, ein bisschen Spaß haben möchte, Fun-Bilds oder irgendwie so. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass erstens die Aspekte auch, naja, Platz in der Bank wegnehmen. Da könnten sie vielleicht wieder irgendwie einen Extraslot machen. Und natürlich auch im Inventar nehmen die Aspekte gut Platz weg. Wenn du wegen der Regengestaltung hast, willst du die Aspekte da aber rausbekommen, hast du halt wieder einen Platz, einen Slot weg. Und wenn du das nicht merkst, dann ist auch ganz normal dein Inventar voll. Und da sollten sie auch irgendwas machen, dass die entweder, dass man die weiß nicht, unendlichhaft haben kann oder keine Ahnung, weil, ähm, schlecht ist es nicht. Schlecht ist es nicht. Man braucht die Aspekte und man will die ja auch nicht irgendwie liegen lassen oder einfach zerschreddern. Ist ja auch blöd. Und dann noch ein letzter Punkt von mir. Und zwar finde ich, dass sie den Zauberer buffen sollen. Aktuell ist der Zauberer so eine richtige Müllklasse, ja. Es gibt ein paar Attacken, wo der ganz gut ist oder auch ganz stark ist. Zum Beispiel, wenn die Frostnummer mal kickt, dann knallt es halt schön ordentlich rein. Problem ist aber nur, der Zauberer bekommt richtig leicht auf die Fresse. Und ohne sein Fire oder ohne seine Eisarmor ist da auch nicht wirklich was zu machen. Er macht extrem viel Spaß bis Level 50 und danach wird es schwer. Naja, so. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie den Zauberer noch ein bisschen buffen. Einfach, dass man zum Season Start ihn auch schön spielen kann, wenn man das natürlich möchte. Und, ja, dass man da einfach auch wieder seine Spaß und seine Freude findet, weil der Zauberer ist definitiv eine geile Klasse. Und das hat er auch verdient, dass er auch, naja, so behandelt wird dann auch. Ansonsten, die Season 1 beginnt jetzt demnächst. Freut ihr euch drauf? Was erhofft ihr euch von der Season? Was hofft ihr, wie der Battle Pass aussehen wird? Ich hoffe natürlich, dass er gut aussieht und nicht, naja, ich sag mal, dass er auch was bringt, wenn man schön spielt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich lese es mir durch. Und dann hoffe ich, dass die Season gut wird. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Grinden. Und mal schauen, wie schnell wer auf Level 100 kommt in der Season.